Hallo ihr Lieben, gebt fein Acht, der Christian hat euch etwas mitgebracht. Ja, das muss ich euch gerade mal zeigen. Ich wollte gerade Feuer machen und was kochen und habe überlegt, wie ich denn meinen Topf da oben drüber bekomme. Es gibt keine Steine, ich habe keine Schippe dabei, der Boden ist relativ hart, mit einem Stock kriege ich kein Loch rein. Ich habe einfach vier Heringe genommen. Perfekt, perfekt. Ich war echt stolz auf mich über die Idee. Ist super. Vier Heringe, Topf oben drüber und los geht's. Na, das hast du aber fein gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Christian doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal oder teilt das Video, wie ihr möchtet. Ich sage wie immer, vielen Dank, auf Wiedersehen und bis bald.